Deutschland müsste nach Ansicht von Niedersachsens Innenminister Borius Pistorius deutlich mehr Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen. Angesichts der schwierigen Situation in dem Land sei die bisher geplante Aufnahme von 5000 Menschen viel zu niedrig. Bei der nächsten Innenministerkonferenz will er das Thema auf die Agenda setzen. Zusammen mit den anderen europäischen Nationen müsse Deutschland in jedem Fall mehr tun. Auf eine konkrete Zahl wollte sich der Minister aber nicht festlegen. Zudem fordert der SPD-Politiker, die auf zwei Jahre begrenzte Aufenthaltserlaubnis für die syrischen Flüchtlinge zu verlängern. Dies würde den Menschen mehr Sicherheit geben und die Bereitschaft zur Integration und zum Lernen der deutschen Sprache deutlich steigern. Seit Anfang des Bürgerkrieges Anfang 2011 sind mehrere Millionen Syrer auf der Flucht.